Wenn Sie in Audacity eine Audioaufnahme machen möchten, sollten Sie darauf achten, dass Sie die Hardware, die Sie für Ihre Aufnahme verwenden möchten, vor dem Öffnen des Programms an Ihren Rechner angeschlossen haben. Audacity erkennt nur die angeschlossenen Audiogeräte, die beim Öffnen des Programms schon an Ihrem Rechner angeschlossen waren. Verbinden Sie Ihr Mikrofon erst nach dem Öffnen des Programms mit Ihrem Rechner, müssen Sie das Programm erneut starten. Andernfalls wird Ihre Hardware nicht erkannt. Audacity bietet in diesem Fall aber noch eine andere Option an. Wenn Sie unter dem Menüpunkt Transport Audiogeräte erneut suchen auswählen, fahndet Audacity noch einmal nach allen angeschlossenen Geräten. Und Sie können dann, ohne das Programm noch einmal neu zu starten, das gewünschte Mikrofon oder Interface auswählen. Und Sie können dann, ohne das Programm zu machen.